Seid gegrüßt und willkommen wieder zurück zu Star Wars Battlefront in den Multiplayer-Bereich. Wir spielen hier Kampfläuferangriff auf der Karte Überlebende von Endor. Legen wir los. Let's go. Und natürlich viel Spaß beim Gucken. Und ihr wisst, hier zählt die pure Unterhaltung. Egal wie das manchmal rüberkommt von mir, einfach nicht ernst nehmen. Ich versuche immer das Spiel so gut wie möglich zu unterhalten. Egal, was ich erzähle. Na, einfach nicht ernst nehmen. Nur mal so als nebenbei. Aber das hatte ich ja schon in anderen Videos schon des Öfteren erzählt. Laut unserer Messungen ist der feindliche Uplink offline. Ja, dann müssen wir einfach mal wieder aktivieren. Aber hier erstmal ein Kill machen, ey. Das ist die Kunst. Sind genug Spieler da? Ja. Dann ist das ausgeglichen. Nicht gut, außer bei uns fehlt einer, aber... dürfte kein Problem sein. Man, diese Katze, ey. Geht mir echt auch ein bisschen auf die Nüsse. Muss ja nicht schon längst im Bett sein, ey. Mann, ey. Ja, wo ist jetzt noch? Kein Enkel. Jo, der ist weggerannt. Unser AT-AT wird von einem feindlichen Bomber anvisiert. Ihr Himmel ist schon heiß. Und mal wieder die Katze. Wahrscheinlich hängt sein Leben davon ab. Ob er das Spiel gewinnt oder nicht. Aber uns ist es doch scheißegal. Wir würden verlieren. Ein feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir. Wenn wir verlieren, verlieren wir. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Das ist doch ganz einfach, die Mechanik. ... um einen Angriff ihrer Wiring zu verhindern. Wir haben ihr Signal unterbrochen. Macht weiter Druck auf diese Rebellen. So, wo ist die Sau? ... um einen Ärger mehr. Rebellenschiffe öffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. Na ja, scheiß auf den. Ziehen wir weiter. ... um einen Angriff ihrer Wiring zu verhindern. Der AT-AT ist den Rebellen schutzlos ausgeliefert. Verteidigt ihn. Die beschädigten Schilde sind... Die sind alle um. Die hocken alle dort um. Manche Leute siehst du einfach nicht. Rück zu den Ablingstationen der Rebellen vor. Weil wenn die da mit einem braunen Anzug rumrennen und guckt euch mal die Umgebung an. Hier ist nämlich alles braun. Die muss man erstmal sehen. Klingt einfach. Ist es auch eigentlich. Aber manchmal ist der Wurm drin. Na ja, dann sind sie alle unter mir. Shit, ey. Wollt ein Böschchen. Genau in dem Moment ist er weggeflogen. Mann, ey. Ein Kilias. Das ist denn hier los. Ein bisschen mehr Action hier. Streng da mal ein bisschen an hier. Ey, sag mal. Sind die hier alle besser oder was? Oder ist meine Knarre einfach Banane? Geht doch. Ja, so ein Orbitalangriff wäre auch nicht mal schlecht. Oh, der hat einen schönen Kopfschuss gekriegt. Geil. Headshot, Motherfucker. Könnt ihr mal diesen Typ mir erledigen? Ich danke euch. Der Erfassungssequenz der Rebellen unterbrochen. Operationen, die geplant fortsetzen. Skywalker ist besiegt. Leute, kauft euch einen PC und schließt euch das Imperium an. Oh, schade. Den wollte ich gerade schon wegholen. Rebellen am Link gestört. Operationen befiehlt gemäß Korset. Guten Tag. Ah, Mann. Ah, sein Beschuss mit Schild. Komm, danke. Die Rebellen kontrollieren die Ablegstation. Wir müssen sie deaktivieren. Sonst nehmen wir uns hier die Wiring von Baukamp. Mortalangriff ausgelöst. Also, die Blasterkanone macht ja überhaupt gar keinen Scharen. Ätzend. Rebellen ab links deaktiviert. Oh, du siehst hier wirklich ein Scheißdreck, ey. Killt die Drecksau. Das war ja schon immer so ein kritischer Punkt hier. Diese Ecke hier. Schon immer gewesen. Auch damals schon. Wie die Tüttchen rinknallt. So. Die werden alle dort in der Höhle sein. Oder oben auf den Hügel. Okay, Angriff von oben. Schwer hier Weltschüsse sehen, ey. Oh, rot bin ich wie ein Tampon, ey. Mann. 13% hatte ich noch. Ja, und das war eine schöne Termalbombe. Hätte ich auch gerne. Und da war die nächste. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mann. Und er steht da unten, ey. Wirklich, ey. Wat ein Kunde, ey. Ja, wo ist ja alle? In der Scheißhöhle sind. Leute, go, go, go. Okay, mein Partner ist auch schon tot. Das war eine schöne Blendgranate. Es ist irre. Es ist irre, was hier abgeht, ey. Feindliche Ablinks auf dem Radar. Alle Mann zu den markierten Punkten vorrücken. Oh, der Riesenkampfläufer, ey. Ja, danke schön. Kleine Camper-Sau. Wie man deine Mutter schwimmt, bang. Killt doch mal jetzt die Drecksau, ey. Danke. Kann doch nicht so schwer sein. Thermal-Granate. Rauch-Granate. Halt sie euch! Die Rebellen haben den Ablech aktiviert. Vorrücken und abschalten. Ah ja, von oben. Stimmt. Die können ja auch auf die Baumkrone hier rumrennen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wird aber richtig eng. Wird eine knappe Sache auf jeden Fall. Die Hälfte ist runter von den Kampfläufer. Ja, wird schwierig. 60 Prozent, ey. Das halte ich aber von dir ruhig, ey. So ein Affe, ey. Die haben alle nur so einen Dreischuss, ey. Das ist absolute Scheiße. Immer diese Dreischusswaffen, ey. Ist doch nervig. Krank, was hier passiert gerade. 6 Prozent hat er noch gehabt, die kleine Drecksau. Der Feind ist in der Überzahl. Oh, einfach nur krank behindert hier. Wieder nur ein Arzist. Und mal wieder am Arschänder hier. Wir müssen sie wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen. Mann, so eine Scheiße. Da war ich eigentlich hoch, ey. Mann, so eine Schmuggler. Mann, so eine Säule. Mann, so eine Säule. Mann, so eine Säule. No, nein, retourne. Shit. Da musste so eine Thermalkanate mal richtig schön rein feuern. ich hoffe dass wir das schaffen Ich brauche eine Thermal-Rakete, äh, Thermal-Rakete, äh, eine Thermal-Bombe. GG Leute, geil. Eigentlich müsste dort noch so eine Sequenz kommen, aber das Spiel ist noch so weit von verbuggt, ey, und das nach acht Jahren muss man sich mal reinziehen, ey. Das muss man sich mal reinziehen, ey. Die Ränge sind so sinnlos hier eigentlich, weil... Was willst du denn da noch freischalten? Man hat doch schon alles. Hm, 80% Flucht, ey. Ein neues Objekt ist verfügbar. Ja, und welches Objekt? Wird nicht mal angezeigt, wa? So ein Müll, ey. Den Sieg haben wir schon mal geholt. Und dann holen wir uns mal den nächsten. Ich sag halt, damals war das, wo das Spiel rauskam, wie gesagt. Ich wiederhole mich zwar, aber das Spiel war damals echt grafikmäßig echt eine Wucht, wo da draus kam. So, dann holen wir uns mal den nächsten Sieg. Okay, okay, das hat sich auch schon mal erledigt. Das hat er sich gleich geholt. Man, immer wieder lass ich mich von so'n Scheißdreck killen, ey. Und immer muss ich da immer hinmischen, ey. Und mir fällt auch auf, bei mir fliegen sie ja immer alle weg. Immer, wenn ich sie angreifen will, fliegen sie weg. Mein Gott, ey. Kaum bist du ein Spieler drin, ey. Du wirst da weggeholt. Ja, von hinten wieder. Super. Und der Chat läuft da oben auch wieder. Ey, weder schreiben wir oder wir spielen hier. Oh, wie der Orbitalangriff reinknallt, ey. Orbitalangriff! Oh, ey. So'n Glück kann man doch gar nicht haben, ey. Dass ich jedes Mal da in so'n Orbitalangriff rinfliege. Unrealistischer Scheißer, ey. Signal offline. Wir müssen den Uplink reaktivieren. Gute Arbeit. Wir haben den Uplink aktiviert. Umgebungsbombe. Ja, war direkt mit diesem Scheiß. Ey, wo willst du denn? Geh doch mal nach vorne, ey. Hast du überhaupt ja keinen Plan, ey, was du da machst, ey. Rennt, rennt da. Läuft da irgendwo durch die Gegend, ey. Echt. Mann, 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 ey. Ey, ey, ich hab irgendwie auch nur Pech. Kann das sein. Kann das sein, dass ich hier irgendwie auch nur Pech habe. Mit dem ganzen Scheiß hier. Also wie man hier manchmal weggeholt wird, ey, ist echt unter aller Sau. Ja, Kartenerneuerung. Ist klar, Leute. 3% hatte er noch, hat mich mit einer, mit einem beschissenen Raketenwerfer geholt. Man muss da immer eine Thermalra, äh, Bomberin hauen. Der zieht am besten. Sind auch überall. Weder haut man da eine Thermalbombe rein oder einen Orbitalangriff. Ey, das knallt richtig rein. Den Rest kannst du in eine Tonne kloppen. Aber ich krieg hier auch nur Schrott, ey. Karten- und Neuerung und. Den ganzen Schrott, den ich nicht brauche. Ich brauch was Vernünftiges. Auflink, 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 reaktiviert. Wir brauchen ihn für unsere Y-Wings. Na, das geht doch, ey. Gute Arbeit. Wir haben den Uplink aktiviert. Nicht immer so ein Schrott da, ey. Mit einer Raketenwerfer, ey. Schon ne zweite Mal, ey. Ja, manchmal ist das echt komisch. Den hätten wir mal geholt. Wow. Super Move. Ja. Und wenn hier schon mal Spieler online sind, dann nutzt man das hier auch mal aus mit die Videos. Warwick, melde es positive Zielerfahrung. ja scheiß kampfläffer mann 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 und sie darin gerannt in orbital angriff und normal ich finde auch die snapper hat viel zu starken zoom feuer einstein okay ist schon okay draußen hörst du nur noch den hôpitalangriff boom 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 ah hier waren es doch leider Ja, zu viele. War doch klar. Oh, bist du hingefallen? Schon krass, wie viele hier mit dem Schutz rumrennen. Du hörst hier nur noch Orbitalangriffe. Die ganze Zeit, ey. So, ein bisschen Heilung. Heilung für den Arsch. Das hat keinen Sinn. Ah, wie das hier reinknallt, ey. Okay. Ich spiel mal Harry Potter mit dem Elektroscheiß da. Bisschen Heilung. Link. Also manche wollen nicht echt wissen. Haltet den verdammten Uplink. Unsere Y-Wings brauchen ihn, um eure Position zu ermitteln. Ja, bleibt doch mal locker. Kriegen wir schon hin. Uplinkstation ist online. Ey, wie heißt denn du? Ich spiel. Ja, such mal nach seltsamen Katze. Vorsicht jetzt. Feinde Gewichte. Geil. Das hat das vollgebracht, ey. Oh, so ein beschissener Punkt, ey. Da oben, ey. Scheiß Baumkrone da oben. Wer rennt denn immer da? Wer rennt da hoch? Keiner rennt da hoch, ey. Ey, und hier willst du durchblicken, ey. Ach, unser Harry Potter-Star ist auch mal wieder unterwegs. Ey, Klub betackt, oder? Ja, da brauchen wir gar nicht hochrennen. Dann rennst du hier hoch. Und dann wirst du weggeholt. Ah, das haben sie. Okay, ich wollte schon sagen. Die Scheiß Brandgranate. Randgranate, man ey, muss das sein. Erst werde ich gekillt nur von diesen scheiß Druinen. Und jetzt nur noch von diesem scheiß Orbitalangriff, ey. Ohne Ende. Man lauft doch mal. Wird nicht, brauchen wir gar nicht rufballern. Das ist verloren. Ich habe doch gesagt. Das war leider nichts. Aber trotzdem Guided Gameplay auf jeden Fall. Ja, die können sich ja eigentlich sparen hier mit diesen Punkten hier. Ja, dann geht mal zurück ins Hauptmenü. Ja, war doch erstmal okay. Dann bedanke ich mich schonmal für das Zuschauen. Und sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Und vielleicht spielen wir mal hier Outer Rim für Spin, Todesstern oder Rouge One Scarif. Schauen wir mal. Warte weiter als nächstes jetzt wählen. Ja, wie gesagt. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.